B2.3. Der Schnittpunkt E der Diagonalen AC und BD ist der Mittelpunkt eines Kreises K, der die Grundlinie AB im Punkt T berührt. Dieser Kreis schneidet die Diagonalen AC im Punkt S und die Diagonalen BD im Punkt R. Zeichnen Sie den Kreisbogen SR und die Punkte E und T in die Zeichnung zu 2.1 ein. So, wieder viel zu lesen, aber wenig zu machen, verrät ja schon die Punktzahl. Was ist gegeben? Der Schnittpunkt E der Diagonalen AC und BD, den können wir schon mal einzeichnen. Also der Schnittpunkt der Diagonalen ist der Punkt E, ist Mittelpunkt eines Kreises K. Also hier müssen wir einen Kreis drumherum zeichnen, der die Grundlinie AB im Punkt T berührt. So, also dieser Kreis hat einen Radius, der so groß ist, dass er die Strecke AB eben berührt. Um diesen Radius jetzt möglichst sauber zu bekommen, zeichne ich eine weitere Hilfslinie ein, nämlich eine weitere Strecke, die durch den Punkt E geht und bis zu AB. Und dann ist es von E bis nach hier unten, das ist dann ein Punkt T, das ist der Radius des Kreises. Ich habe jetzt bei mir noch folgendes Problem, dass ich auf meinem Computer keinen schönen Kreis zeichnen kann, deswegen muss ich das grob mit dem Lineal abmessen und dann einzeichnen. Also ich zeichne jetzt einfach im Kreis um E mit diesem Radius von, das ist ca. 3,8 cm bei mir. Ja, also mit Zirkel und Lineal auf dem Blatt Papier ist der viel schneller und schöner gezeichnet. Ja, dann kriege ich hier so einen Kreis. Dann brauche ich noch die Punkte R und S. Der Kreis ist eine Diagonale AC im Punkt S. Also habe ich hier S und die Diagonale BD im Punkt R. Den habe ich den nach hier. Und damit wäre die Aufgabe schon fertig. 1,2,3,1,2,1,3,3,3,4,4,4,5,4,5,5,5,5,6,5,5,6,7,7,1.